Alter, was ist das ekliges? Schnecken beim Sex oder was? Das sind zwei Schnecken, die hängen an so einem Schleimfaden an meiner Wand runter und produzieren irgendwelches weißes Zeug. Iiiiih. Alter, was ist denn das? Das ist ja voll widerlich. Zweckenschnecken auf die Art Kinder? Kann mir das mal jemand in die Kommentare schreiben, wenn er das weiß? Das würde mich echt mal interessieren, Alter. Das ist ja... Ich war gerade draußen und habe das zufällig gesehen, als ich reingekommen bin. Boah, die kleine Sache ist, das ist genau unter meinem Schlagzimmerfenster. Achja, der Ohrring ist übrigens noch drin.